Schön, dass du einschaltest. Heute geht es darum, wie du die Commerzbankgebühren umgehen kannst. Selbst das 0-Euro-Konto soll 4,90 Euro kosten ab 1. Juli. Dabei kannst du auch die Kontonummer praktisch behalten. Du musst nur das Modell umstellen. Das ist so ein bisschen im Backoffice versteckt. Da meldest du dich am besten an. Und nachdem du dich angemeldet hast, gehst du auf Konto und Karten und drückst auf kostenloses Girokonto. Dann kommst du auf diese Seite und drückst kostenloses Girokonto eröffnen. Und da frage dich gleich, möchte ich ein neues oder habe ich schon bereits ein Konto und möchtest wechseln. Das ist ein bisschen versteckt einfach. Dann kann man die Kontonummer auswählen und kann dann praktisch auf weiter gehen. Dann muss man halt das Ganze nochmal bestätigen. Dann sieht man halt die Konten, die es gibt. Aktuell bin ich bei 0-Euro-Konto. Das ist ja auch eigentlich gebührenfrei. Aber ab 1. Juli praktisch soll es 4,90 Euro kosten. Und bei anderen Modellen sieht man ja auch die Preise. Dann ganz unten versteckt es dahin, wo wir wechseln wollen. Nämlich das ist kostenlos. Die einzige Voraussetzung ist, dass man 700 Euro Geldangang hat. Und es kostet 9,90 Euro. Das ist aber bei den anderen eben halt auch so, beziehungsweise bei den 0-Euro-Konto. Deswegen macht es auch Sinn, praktisch das Modell einfach zu wechseln. Ist praktisch auf eine digitale Form, dass man eben halt nicht mehr Kontoauszüge holt, falls man das noch in der Vergangenheit getan hat. Und auch eben praktisch Einzahlungen im Automaten sind dann, soweit ich weiß, auch nicht mehr gebührenfrei. Aber gut, für den normalen Gebrauch sollte es eigentlich reichen. Dann drücken wir auf Wählen. So, dann kommt man praktisch nochmal zum Wechsel. Da fragt er wegen Kreditkartenübernahme. Ich zum Beispiel habe keine. Drücke ich einfach mal weiter. Es wird auch keine neue zugeschickt. Da muss man natürlich auch angeben, dass man praktisch im Eigeninteresse handelt. So, dann kann man halt, wenn man möchte, ein Dispo nehmen. Ich nehme die einfach mal raus. So, dann Kreditkarte jährlich könnte man machen halt. Mache ich halt weg. Dann weiter. So praktisch hat man hier so seine persönlichen Daten. Habe ich jetzt natürlich zensiert. Und ja, man bestätigt hat, dass die Daten korrekt sind, Adresse und so weiter. Dann hat man hier die ganzen Bedingungen, die man sich runterladen soll. Und praktisch bestätigt, dass man sie halt heruntergeladen hat und gespeichert oder ausgedruckt hat. Praktisch, dass sie immer praktisch zur Verfügung stehen. Dann zur Freigabe. Da muss man das Ganze natürlich mit einem Fototank bestätigen. Dann gibt es noch mal Schufa. Bei mir liegt da halt einfach nichts vor. Deswegen bestätigen. Dann habe ich praktisch keinen Verfügungskredit eingestellt. Das bestätigt das Ganze. Und auch keine Kreditkarte. Deswegen auch kein Kreditkarten-Limit. Ja, dann geht man noch mal kurz zur Beschädigung. Und praktisch in den nächsten Werktagen sollte das alles vonstatten gehen sein. Ansonsten hoffe ich, dir hat das Video geholfen. Wie du gesehen hast, ganz einfach wechseln. Ein paar Klicks und so weiter. Du kannst natürlich individuell einstellen, was du brauchst oder was du nicht brauchst. Und ja, ansonsten wünsche ich dir nur das Beste. Abonniere den Kanal, falls du es noch nicht getan hast. Aktiviere die Glocke, damit du kein Video verpasst. Ich wünsche dir auf jeden Fall nur das Beste. Dein Kostenoptimierer.